Yo Leute und da mit willkommen zurück zu Assassin's Creed Wook. Ja, beim letzten Mal sind wir hier auf die Insel und müssen jetzt die Dorfbewohner retten. Was ja gerade schon fleißig machen. Aber da die Zeit schon so fahren war, hat das so gemacht, dass ich erstmal gecuttet habe. Und ja. Da unten ist nämlich auch irgendwo noch jemand. Wahrscheinlich da am Gewisch drin. Hoch mit dir. Wow. Hallo. Na, komm her. Okay. Das wird schwieriger. Da. Zack. Der ist da oben drauf, ne? Ja. Der ist da oben drauf. Wie machen wir das denn? Kommen wir denn da am besten hoch? Ohne Probleme. Der ist schon mal weg. Okay. Du. 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 schlaf okay er pennt die beiden auch den haben die getötet okay okay die sind blöd machen wir das schnell so okay machen wir das halt so man muss halt immer echt aufpassen du siehst mich nicht du siehst mich da drüben nicht cool das kann man auch machen was packt er eigentlich so rum da was ist in der höhle was ist in der höhle ehrwürdige mein name ist shay patrick kormick ich bin ein freund ein freund für wahr euch gilt der dank meines volkes shay patrick kormick solange ihr auf erden wandelt habt ihr einen platz hier bei uns ich danke euch ich bin es die zu dank verpflichtet ist junger man wärt ihr so freundlich mich zu begleiten man nennt mich onatar in meinem volk gibt es eine legende sie erzählt wie das land unter unseren füßen geboren wurde und wie gut und böse in die welt kamen die himmelsfrau verstreute ihre weisheit über das land folgt ihr ihrem weg lernt ihr die wahre geschichte unseres volkes und lüftet vielleicht sogar das geheimnis in dieser höhle falls ihr der held seid für den ich euch halte ihr ehrt mich ehrwürdige ihr seid es der uns ehrt shay patrick kormick lebt wohl ok aha warum ist das jetzt aufgegangen eingeborene solle sieben totems sammeln ui und das erste ding ist da drüben oder wie nicht verfügbar mich auch ähm ja ich mach das mal ups kann ich überhaupt auch das schiff rauf auch nicht cool äh wir müssen dann hier rüber da müssen wir den fluss überqueren ja ja dann machen wir das mal alle befreit und alle weg oh gut so funktioniert das auch mhm machen wir so zack und fällig hoch schwupp gut zack können wir doch hoch wahrscheinlich eher nicht egal dann laufen wir hier mal nochmal rum und da haben wir die kiste wie hier einfach leichen rumliegen oder eine bank ist voll um platz zu machen finden sie ok wow und jetzt muss ich hier einmal rumschwimmen na super haben die ja gemein gemacht naja was soll's so dann klettern wieder hoch wollte ich grad sagen zack die bank ist also voll mhm weee naja dann schwimmen wir da mal rüber oder machen damit den fluss müsste eigentlich funktionieren dass wir da rüber kommen schauen wir einfach mal ach das haben die auch cool gemacht da musst du da nicht rüberschwimmen fluss überqueren genau da wo wir hin wollen jup aha den britern helfen wir müssen ihn töten wir müssen ihn töten achso wow wow step jup ouch Du mich auch. Warum hat er eigentlich seine Waffe weggesteckt? Nein, und tot. War klar. Das war wieder klar. Klar, wie Klosbrügel. Wie sich da keiner bewegt. Erst wenn ich näherkomme. Läuft. Schlaft schön. Wow. So, weg mit dir. So, weg mit dir. Autsch. Autsch. Nein. Lass mich. Stimmt. Autsch. Da ist ein Schatz. Da ist ein Schatz. Autsch. Oh, das ist ein Schatz. Oh, das ist ein Schatz. Oh, das ist ein Schatz. Oh, sogar 100%. Keine Nebenmission. Man bin schlecht. Sterb. Ich weiß, eigentlich ist das gemein, wenn ich das gemacht habe, aber egal. Ist hier noch irgendwas? Ja, da hinten. Äh, mein Schiff ist jetzt hier vorne. Die komischen Säulen hat de facto von hier auch angezeigt. Ich geh mal hier hin. Boah, sind die nervig. Gott, haltet doch die Klappe. Muss man das so nervig machen? Schambar ja. Schön für euch. Schön für euch. Für den König. Ich. So. Boah, hier wurde irgendwas mit der Säule angezeigt. Aber sieben Stück, um da reinzukommen. Oder wie? Sack. Das ist halt drüben. Wo kann ich denn da hin am besten? Hm. Okay, da ist ne Kiste. Okay. Kann ich auch wieder weg? Das ist halt auch so ne Frage. Warum kommt man hier denn rauf? Weeeeee. Kann mir doch gar nicht mehr wirklich hoch, oder? Außer hier. Aha. 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 Hm. Ich will mal gucken. Moment mal, was zeigt denn die Karte überhaupt dann? Müssen wir jetzt immer so rumlaufen? Oh, wir hätten da entlang müssen. Oh, wir hätten da entlang müssen. Oh, oh, oh. Nee, wofür. Blatt und Eis. Das ist alles, was diese neue Welt mir gebracht hat. Super. Aha. Anonym interagieren. Ja. Was muss ich denn hier machen? Okay. Was ist die Frage? Gehst du da mal hoch? Hey? Das ist auch manchmal echt widerlich. Wenn das nicht so klappt, wie es soll. Oh, das ist doch. Okay. 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 Jetzt haben wir es. Ja, ja. Hast du gut gemacht. Sind viele gestorben, aber hast du gut gemacht. Ja, ja. Ist klar. Ähm. Moment mal. Wo sind wir jetzt hier? Hier. Wow. Schwimmen darüber. Oder wie? Ja. Wo sind wir? Ja. Jo. Sind ja völlig falsch gelaufen jetzt. Völlig verwirrt. Hm. Hier. kleine Brücke. Na ja. So haben wir die noch geholt. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Ja, eingeborene Säule finden. Nebenaktivität. Hm. und noch war ich nicht wenn man ganz lieb und nett ganz lieb und artig ja das bin ich ach da das ist die säule da haben sie schon gesehen so eingeborene säule eingeborenen säule finden ist klar sperrgebiet wow da kommen wir doch von hier aus dahin ne ich glaube nicht wir müssen da oben lang was mit fokus keine ahnung war zu schnell weg egal so haben wir auch noch irgendwo ne kiste wir wollen die säule haben wir wissen was es damit auf sich hat zack oh okay ist mir hier irgendwo reingefallen na super hier wollte ich aber nicht rein hm okay kann mir mal jemand helfen hier wieder raus zu kommen hoch hm die df ey fällt mir hier einfach runter ich glaub's ja nicht wow oh das ist ein bär irgendwo die eingeborenen säule finden guck mal jetzt sind wir hier wieder links b da ist sie Sägen wir ein Bär. Ja. Schlaf schön. Sicher, sicher. Heute. Wow, wenn er pennt. Ist das so ernst? Ist klar. Herstellen verfügbar. Ich guck mal ganz kurz. Falscher Knopf. Äh, Anfertigung. Vorhanden 0. Kann auch gar nichts herstellen. Okay. Können echt gar nichts herstellen. Ach, was. Okay. Was man dafür alles braucht. Schlafpfeile können wir mal herstellen. Hm. Okay. Sie haben wir. Ehrlich. Das ist die Säule. Eingeborene Totems. Entschlüssel Sie den versteckten Kot hinter diesem eingeborenen Totem und entdecken Sie alte Artefakte. Bringen Sie alle Linien mit den Pfeilen an jedem Ende der Säule in Übereinstimmung. Das ist die Säule in der Säule in der Säule in der Säule in der Säule. Das ist das Ding. Ist doch. Äh. Was war das, Kapi? Äh. 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 Warte mal. In jeder Linie. Mhm. Okay, so. Wow. Ein Schlagern war erstmal ein Blitz ein. Warum auch nicht? Ja. Okay, ich dachte, er geht nicht weiter. Was haben wir denn hier? Eine Totemfigur? Hm. Eingeborenen Totem. Sie haben ein Totem gesammelt. Weiter können durch Säule hin. Bla, bla, bla. Okay, was ist hier? Dann müssen wir gleich nochmal kurz gucken gehen. Aber woher soll ich wissen, wo die ganzen Totem sind? Hehe. Hehe. Hey. Sehr lustig. Ich schau mal. Das ist da wo reingerutscht, dann mit einmal. Nein, 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 nein. Okay. Heige geblieben. Wart mal. Bin ich denn hier rein? Hier. Da bin ich rein. Nee, 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 nee. Schauen wir mal hier entlang. Die, die, die. Die, die, die. Ich bin so beknackt. Die, die, die. Und? Rüber da. Da. Ah, Verbesserung. Alles klar. Sehr schön. Aber dann würde ich sagen, werde ich erstmal die Aufnahme beenden und sage, bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed. Guck. Bis dann. Ciao, ciao.